Also ich sag, wir gehen von Anfang an die ganze Zeit auf Roha, Digger. Plus ein. Hey, warum soll ich überhaupt noch mitfühlen? Ich geh direkt raus hin. Was soll das? Ja, auch noch beleidigen, Digger. Das merkt man. Charakter, Bruder. Die coole Discord-Session hier, Jungs. Das geht's über euch. Sieben. Fühle ich gut. Ich hab mir erst mal ne Null, Digger. Warum darf er jetzt, Bruder? Ach, scheiße. Das ist nur Spaß, ne? Ganz kurz, kann man jetzt nicht sagen. Oh, Digger. Weil ich Chef bin. Digger, du bist genau das Gegenteil von Abi, Digger. Das ist ein gutes Karma hier, was ich gerade kriege. Er wird mir direkt ne neun. Er sagt erst Abi, jöö. Digger, er hat sich wirklich beschwert, dass ich Monte Abi auf mein Handy einspächern soll. Ja, Bruder. Was ist das? Immer am Fastenmasten, Digger, und dann nicht mal Dings, Alter. Und dann nicht mal die moralischen Dinge verdrehen, Bruder. Ich kann es Monta Ander nennen, wenn du willst. Bruder, Monta Abi, Bruder. Ganz einfaches Ding. Da diskutier ich auch nicht, Bruder. Komm mal, wähl erst mal aus, damit wir mal weitermachen können. Ja, Bruder, ich war grad in Schock, weil du wieder mir so nen Dolchchen Rücken gestoßt hast als Freund. Ich hab dir doch, ich dachte, das war geregelt mit den Dings. Bitte sei leid. Junge, lass mal, was kann ich denn jetzt aufhören? Nein, bitte. Es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Jungs, ich find's gut, dass wir uns so verstehen hier. Also, Eli, hast du jetzt wirklich grad geguckt, ob du Geschenke hast? Nee. Digga, dann macht einmal kurz den Geschenke-Checker. Aber du hast nichts, oder? Nee, hat nichts. Oh! Nee, Mann, was soll denn das jetzt? Bruder, Eli, das Duell. Eli ist da sehr gut geworden, Digga. First, Farmer. Egal, zweiter Platz ist gut. Ist okay, GG, ist egal. Zweiter Platz, mein Bruder. Auf der Eins, ja natürlich. Ja natürlich auf der Eins, Chat. Auf dem Podium. So ist es nämlich. Wenn du jetzt mit mir den Teleport machen würdest, könntest du vielleicht... Oh, sympathisch. Nice, 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 nice. Auch mal Reichweite, schade. Okay, nehm ich. Stabil. Also Rohat ist größte Gefahr, ne? Ja, ja, natürlich. Also Rohat sehe ich da schon. Alle auf Rohat. Ja, dann gehen wir alle auf Rohat. Ja, alle auf Rohat, fühle ich, ja. Wo ist er? Hier bei mir. Ja, die Fressen. Ja, dann mach doch mal mit mir. Bruder, wer steht denn da wie ein Dulli damals? Hey, das ist es. Ich bin die eigentlich aus Prinzip mit meinen Infekten, der gesagt hat, ich sie ehrlich hatte. Hallo, nicht auf mich. Auf Rohat. Hallo. Auf Rohat. Warum macht ihr auf mich, ihr Idioten? Mach auf Rohat, ich mach auf Rohat. Ich mach auf Rohat. Ach, Digga. Rohat macht die ganze Zeit auf mich. Jetzt, jetzt, jetzt. Tret auf ihn. Tret auf ihn drauf. Aua. 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 Jetzt. Monte. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gut, wir teilen. Ey, du bist so ein 31er-Sohn, Digga. Ja, gut, mach. Bruder, mach. Eli ist größte Gefahr. Eli ist größte Gefahr. Eli ist größte Gefahr. Eli könnte bekommen jetzt. Rakete, Rakete. Ja, kein Sinn. Wieso eins? Mach doch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun. Und dann brauchst du eine Vier. Das macht schon Sinn, Digga. Nee, der kommt ein weiter. Die Rakete macht zehn. Ja. Zehn, ja, dann brauchst du, ja, dann macht es Sinn, Bruder. Ach, Eli. Hard auf hart, das macht wirklich Sinn. Eli, du bist ein Macher. Nein, Bruder, das macht doch keinen Sinn, Digga. Weil Chat, weil Chat, Digga, weil Chat gesagt hat. Ach, Digga, also das ist, Eli, du, mit der Rakete kommst du auf die gleiche Position und kannst doch noch würfeln, Digga. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber ihr holt mich nicht. Ihr könnt mich nicht wegholen. Und ich will meine Rakete dafür nicht usen. Ach, Bruder, also das macht keinen Sinn. Doch, wir können dich holen, weil eventuell nächste Runde jemand vor dir gewinnt. Dann lass ihn doch machen, lass ihn ficken. Nein, Bruder, das ist aber unnötig von ihm. Digga, Bruder, das ist lost, Eli. Ja, mach, mach, auch super. Klebt das, klebt das. Ich hab noch meine, es ist übel smart. Nein, Bruder, wenn nächste Runde vor dir jemand erster wird und Teleport bekommt, kann er sich Teleport... Ja, gut, aber die Eventualitäten musst du ja aus dem Weg räumen. Das ist das. Ich hab immer noch meine Rakete, Teleport, super gejustet dafür. Guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt. Ja, Bruder, natürlich kann das gut aufgehen, klar. Boah, wenn er links geht, kriegst du mit der Kanone, ne? Ja, aber Bruder, dafür muss ich ja vor der Runde, also das ist... Ja, musst du gleich vor Eli kommen. Das ist aber realistisch. Drei, drei würfel ich jetzt. Wir könnten auf Eli alle zusammen gehen. Ach, Schwanz, Digga. Das ist übel schlau. Ihr seid nur noch... Ihr lebt nicht. Nein, Bruder. Eli, du wärst auf dasselbe Feld gekommen mit der Rakete und hättest noch eine Drei oder mehr würfeln müssen. Und du weißt, dass wir dich jetzt targeten. Das stimmt, aber stellt euch mal vor, ich... Und stell dir mal vor, er kriegt jetzt einen Laser. Ich hol die... Ja, dann musst du erst mal vor mir kommen. Außerdem, die erste Kiste zu bekommen... Oh. Ja. Die erste Kiste zu bekommen ist nicht mal so essentiell, Leute. Ja, aber du hättest die Rakete, äh, die Kiste jetzt bekommen. Das ist das. Das ist halt einfach das, Digga. Ist auch egal, Bruder. Ist ja deine Entscheidung, alles gut. Die erste Kiste zu bekommen. Habt ihr ja gerade gesehen. Ist ja am Ende deine Entscheidung, Bruder, ne? Ja. War ja nur gut gemeinter Rat. Null ist nicht schlecht. Alles gut. Finde so gut. Ich bin der Beste. Willy ist der Beste. Nee. Ich bin ein Bastard. Ich komme. Ja, genau so ist es. Die zweite Runde. Krieg. Ist okay. Bring mir noch einen. Bring mir noch einen. Oh Gott. Ach Gott. Ja, ich fühl meine Mutter. Erster Platz, Mann. Hier, hier, hier. Ja, aber Ene, du verstehst doch, wo der Gute ist. Gemeinte Rat war, oder? Ja, ich verstehst. Aber. Wenn du jetzt eine Zwei würfelst, Bruder. Oder eine Eins. Oder du nutzt das Geschenk und gehst auf. Nein, das macht keinen. Die Rakete benutzen, Digga. Benutzt doch die Rakete. Komm, rein in die Zwei, Bruder. Hast du ohne Eins und Dings? Eins und Zwei ist drinne. Und jetzt zeige ich es den Hatern. Alle nach oben scrollen, alle Timeouten, die dumm geschrieben haben. Alle. Mods, jetzt nach oben, alle Timeouten. Alle hoch, alle Timeouten. Ihr müsst mal ein bisschen, einfach mal. Oh, das ist so schlimm. Im Chat im Pummi-Party. Bei jedem, da schreibt seine Meinung rein. Abriss Böhne auf Eli. Er bringt nichts, Digga. Er hat keine Schlüssel, gar nichts, Digga. Er ist in Hoffen Scheiße. Ohne Inklub reinschreiben. Tut mir leid, Eli Abi. Es war meine Schlüssel. Das könnt ihr reintreiben in den Chat. Ihr könnt es euch aussuchen. Wo ist denn die Kiste jetzt hin, Bruder? Sehr gut, sehr gut. Schreibt es. Die ist da rechts, rechts. Ah, okay. Ich möchte nicht mehr hinterfragen werden. Ah, komm, gehen wir drüber scheiß drauf. Dass man da nicht mehr Air drücken kann. Ja, ja, das meine ich. Ja, das ist echt kacke. Digga, was ist denn das jetzt? Was ist das für eine Rahmen-Party? Eli, größte Gefahr. Der hat nämlich noch eine Rakete. Weißt du, warum ich die Rakete noch habe? Weil ich sie vorhin nicht geused habe. Deswegen habe ich die nicht. Oh, ne. Nein. Nein. Ich bin ein... Mein Sohn hat meine Mutter. Ach, Digga, scheiße. No, wie habe ich das überlebt? Wie viel Fettfingert. Nächste Rolle. Oh, schade, Leute. Äh, Digga, das Spiel checke ich auch langsam. Ach so, warte mal. Habe ich nicht gewonnen? Ich habe die Fettfingert. Oh, mein Gott, Digga. Was ist so dumm, wenn wir auf uns gehen? Ey, lass ein bisschen vorankommen hier. Das war Quatsch, das war Quatsch. Ja, Willi, Willi. Genau dein Reden, Digga. Was machst du? Was machst du? Stark! Das ist doch von der anderen Seite gecallt. Ganz wichtig! Mal kurz gezeigt, wie das Pferd galoppiert. Weiter Platz. Weil ich voll viele Kills gemacht habe. Ich habe vorhin drei Leute gekillt, glaube ich. Oh. Digga, was geht denn hier? Eli hat noch eine Rakete. Mach mal. Wir ziehen die ab. Guter Call, ja. Ich habe aber auch vieles mehr. Quart hat mehr Münzen. Und er hat auch gute Geschenke. Ja, ich habe voll gute Geschenke. Ich habe nicht einen. Ja, siehst du? Sehr geil. Deswegen hast du die Rakete am Anfang auch gebraucht, weißt du? Damit er die jetzt bekommt. Ach, Digga, solange er die bekommt und nicht du. Ja, ist so. Ja, das scheißegal. Für dich auch, ja. Ja, hier. Aha, Bruder. Einfach so. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es einfach will. Weil du es kannst. Ich habe auch. Alles gut, Michael. Alles gut, Ricky. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir. Richtig. Was machen wir denn jetzt alle da drüben? Weiß auch nicht, Digga. Alter. Superrunden bis jetzt. Und die Runden gehen viel schneller zu viert, weißt du? Oh, nee, Digga. Aber das ist sogar geiler. Ich bin muted, ja, ja. Mit vier Mann. Ich will aber ausrufen. Was soll das? Okay, ich muss wieder lauter reden. Okay, cool. Und Dings habe ich beides. Das müsste richtig gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, richtig. Das Spiel, da müsste man eigentlich, wer als erstes das legt, muss am meisten bekommen. Guck mal, die brauchen jetzt länger, kriegen aber gleiche Punkte. Das macht keinen Sinn. Finde ich. Der, der als erstes muss auch am meisten Punkte bekommen. Egal. Das haben wir. Okay, gut. Gut, 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 gut. Guck mal, ich bin wieder erster. Ich bin wieder erster, aber der zweite hat gleiche Punkte weg. Das macht keinen Sinn. Das muss nach Geschwindigkeit, Digga. Und für jeden Fehlversuch müsste es einen Minuspunkt geben. Wisst ihr, wie ich meine? Salat, Möhre, gut. Salat, Möhre, den Kram und den, Bruder, ich weiß nicht. Möhre, Möhre, habe ich vergessen, oder? Salat, den hier und den. Ach, Digga, dann habe ich es vergessen. Dann scheiß drauf. Na gut, ist okay, zweiter Platz. Was haben wir denn hier? Die Auvergine auf Rohr hat und dann läufst du da durch. Ja, mach. Wenn ich Auvergine hier in die Mitte mache, trifft es beide, ne? Ja, aber du kriegst nicht von beiden die Schlüssel, ne? Monte kriegt meine Schlüssel und ich kriege Monte Schlüssel. Ja, das macht keinen Sinn, Digga. Mach lieber bei einem, wenn du die Schlüssel haben willst. Oder Abrissbärde kannst du auch machen, ne? Monte hat eine Rakete, Digga. Ja, ich habe zwei, Bruder, das macht keinen Sinn. Also, egal was ist. Ja, aber einer von euch beiden bekommt ihr eh die Kiste. Welcher Platz bist du denn? Ich bin dritter Platz, Digga, obwohl wir alle, äh, Dings, also von der Reihenfolge, äh, per Zufall halt, ne? Kann sein, ich bin, äh, du bist vor mir, also, du hast du eine Rakete? Ne. So, 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 so. Eins, zwei, drei, fünf, oder? Ah, ne, 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 ne. Dann nehme ich hier die Dinger, weil ich smart dann. Sag, guck mal, was? Du gleich überfahren wirst du dumm Kopf. Ja, das war jetzt nicht so smart. Ah, okay, das stimmt. Was musst du würfeln, Rohat? Auch beides gut. Digga, ich kann halt nichts machen. Es macht halt keinen Sinn, er hat die Safety-Kiste, weil zehn Felder, es macht auch keinen Sinn, ihn hier zu attackieren, weil nicht so viel Damage macht, dass er ihnen das umbringen würde. Ähm, aber eh, du bist ein Schwanz. Ja, aber ich habe Ehre. Ein Schwanz mit Ehre hier nimm. Ja. Was musst du denn würfeln? Hättest du die Kiste nicht bekommen können mit einer 9? Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Okay. Gleich gibt es die Gug-Guck. Okay, dann hätte ich sechs, sieben, acht, ne, ja, ja, okay, eine. Aber wenn Rohat jetzt erster wird, hat er die Kiste? Ne, ich habe doch Rakete, Bruder. Achso, ja, stimmt. Tut mir auch leid, Bruder, dass du da jetzt den Weg gegangen bist. Nice, Digga, ich kriege die Schlüssel. Oh, wahrscheinlich nicht. Das ist okay, jetzt. Oh, das tut so gut keine Null, Digga. Oh. Okay. 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 Digga, er hat noch eine Rakete, er kann direkt die nächste Kiste holen. Wie unfair ist die Scheiße? Was ist das für eine Kacke, Digga? Interessant. Ich hätte Abrissbünde machen können. Er hat noch eine Rakete, ne? Mach Abrissbünde, ja. Ich habe auch eine sehr gleich, dead. Wenn du vor mir bist. Oder? Oh, okay. Das Game ist geil. Das kenne ich gar nicht. Das kenne ich gar nicht. Ja, siehst du, das kommt nur, wenn du zu viert bist. Guck mal. Diese Steine darfst du nicht einsammeln, den Rest musst du einsammeln. Aber diese goldenen Dinger bringen am meisten. Digga, mit Controller ist halt einfach spannend, Bruder. Die Steuerung ist zu empfindlich. Naja, die anderen müssen einen Fehler machen und dann ist wieder gut. Aber ist lächerlich mit Controller. Ich muss eigentlich ohne mal spielen. Digga, mit Controller ist so... Ach, Digga. Scheiß drauf. Das war's. Ich muss jetzt das nächste Mal ohne Controller spielen, Digga. Ach, Digga. Ja, komm. Wie viele Steine kommen da, Bruder? Was ist das? Was ist das, Digga? Wie viele Steine sind da bitte schön gekommen, Bruder, diesmal? Wer ist erster geworden? Ich, ich, ich. Hier ist letzter, Digga. Digga, bei mir war der Bug. Bei mir war der Bug. Achso, habe ich gar nicht gesehen, Bruder. Was hast du denn, Niklas? Ich überlege. Ich überlege, ich überlege. Ich überlege. Du musst die Geschenke einsammeln, schreibt einer. Was hat Eli noch für Geschenke, Digga? Dankeschön für den Tipp, mein Freund. Was hast du Eli noch für Geschenke, Digga? Aber ich muss Monte umbringen sowieso. Hast du noch was zu attackieren? Ja, ja. Was hast du denn? Hast du die nicht eben benutzt? Nee. Und ich bin jetzt unten, der Hettiger. So, 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 so. Und wir haben noch ein gutes Geschenk, bevor ich... Oh, vielleicht noch mal für ein Doppelbruch? Ja, da sehe ich mich ehrlicherweise auch gerade drin, ne? Ja, 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 einfach, das ist auch wichtig. Ja, ja, ja. Die Schlüssel, die ich mir genommen habe, hole ich mir halt wieder, weißt du? Ja, einfach so. Ah, Aua. Ich habe immer stabil würfende Einzige und ich mache gleich Magnet auf den Arschloch. Nico, ne? Die Schlüssel willst du gerne haben. Nee, ich bin so fein. Du kannst die haben. Echt? Ja, ja, safe. Oh Gott, safe, safe, safe. Oh, wenn du jetzt rechts lang gehst, ist das scheiße, ne? Und wenn du unten lang gehst, ist das auch der jetzt scheiße, ne? Was machst du? Rechts ist cool. Keine ich noch mit? Ja. Eins, oder? Oh. Das kenne ich auch nicht. Das ist so geil, diese Games, ne? Ey, warte mal. Das ist so wie dieses Eins gegen Eins Spiel. Man schießt die Penny. Aber wir spielen alle gegen alle jetzt quasi. Ja, ja, ja. Es kann aber sein, dass irgendjemand von euch einen Bug hat. Das Spiel ist leider verbuggt und die Wichser patchen das auch nicht. Mann, ich hatte vorhin einen Bug. Ja, bei dem Spiel gibt es auch einen Bug. Ich hoffe, niemand von euch hat das. Ja, ja. Eli hat wieder Bug. Ja, ist hässlich. Aber mit dem Bug kannst du sogar gewinnen. Mit dem Bug kannst du sogar gewinnen. Der ist sogar krass. Es geht nicht darum, wie viel du reinbekommst. Es geht darum, wie viel du selber reinmachst. Deswegen, Eli. Und du bist direkt vor ihm. Du kannst so viele Punkte machen. Guck doch. Digga, ist das dumm. Oh, da ist Eli. Ja, und ich krieg keinen rüber. Wie uncool. Die Wette zählt aber auch nicht, Mats. Digga, Hilfe. Ich hab Eli die ganze Zeit vor meiner Fresse, Digga. Aber ihr habt halt auch viel mehr Zeit. Irgendwie. Aber auch frech, dass die das nicht patchen, Bruder. Seid ihr so, wie es ist. Das ist schon so lange und die kriegen es einfach nicht hin, das zu patchen, Bruder. Ich hab 11 Punkte. Digga, was ist das denn? Digga, sag ich doch, so krass. Für ein Bastardspiel, Digga. Aber Eli ist tot. Und es geht weg. Oh, es geht weg. Oh. Und er kriegt noch die Schlüssel, Digga. Boah. Aua. Das schmeckt, das schmeckt, das schmeckt. Aua. So. Ehe die größte Gefahr, ne? Er hat nämlich ein Geschenk. Mach, Digga. Obwohl. Aber das ist hier. Scheiße. Ich würfel eine 1. Habe ich eben auch gehabt, Bruder. Wäre sogar schlau. Und dann könntest du unten die ganze Schlüssel mitnehmen. Ja, ja. Da muss ich erstmal hinkommen, Bruder. Aber warte noch mal, wenn du schlau bist, weißt du... Warte, ey Bruder, es bringt mir nichts, wenn jeder mir immer ein Dings... Nein, weil ich hab auch eine schlaue Taktik. Ich weiß. Er spawnt neben mir und ich mach Magnet. Boah. Dann kriegt der Schwanz sogar ein Geschenk. Perfekt. Manchmal ist es nicht mal gut, erster zu werden. Ist das eine Kacke? Oh mein Gott. Mal gucken, ob du das Geschenk bekommst, Digga. Hm, 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 hm. Muss ich jetzt erstmal das Prinzip machen? Ja, ja. Warum? Weil du die größte Gefahr bist mit mir jetzt gerade auf dem Weg zur Kiste. Okay, alles gut, Digga. Hm, warte mal. Hm, nee, kommts nicht ran. Kommts tatsächlich nicht ran. Aha. Ja, dann mach mal dein Ding. Mach mal dein Ding, du Schwanz. Geschenk? Oh, geil. Ich hatte zwei Geschenke und du kriegst nicht eins davon. Ach, Mann, schade. Ja, das kriegen nur artige Leute und du hast geklaut. Wie, 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 ah, okay. Mal gucken, was hier... Oh, oh nein, Bruder. Digga, ich war mal in dem Spiel. Okay, okay. Ich bin muted. Digga, früher war ich in dem Spiel echt gut. Mittlerweile irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich konzentriere mich jetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt und ist Geschenk reicht wichtig ganz wichtig ganz ganz wichtig ich kann jetzt mit der rakete mir mein zweites geschenk holen okay kaktus geschenken eigentlich muss ausnehmen riesengroße gefahr er hat schon was und er hat ein geschenk wollte ich mal so gesagt haben das geschenk was ich machen würde ja du willst das geschenk nehmen ich würde das kaktus kaktus ist ja ja bruder aber erst weiter vor mir er hat keine rakete du schon kann sich so unbedingt monte gleich mit zwei geschenken und noch einem geschenk mit zwei pokalen das kann man mal hier so erwähnen was ist das jetzt muss man aber auch jetzt muss man dann auch mal an einem strang ziehen so wie ihr bei mir jetzt wer die ziehen jetzt an einem strang ist was wir machen er hat ein geschenk jetzt wirst du wissen wie es ist marcel marcel ich kenne ich kenne das schon es ist nicht so als wenn ich immer so abscheißiger weißt du was mein ziel war monte was denn rakete du willst keine acht und dann kommt ein teleport von mir weil denn keiner hat den ja ich hatte glück mit 8 kaktus machen aber man kann doch die sich mit jemanden teleportieren weg hat der ein kaktus an aber noch so jetzt schmutz an dem magnet war das immer stimmt ja okay 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 alles gut das ist sogar gut für ihn so ist ein paar meter gemacht und volle leben so ist es ja sowieso deine schlüssel vor die oder ich habe jeden fall muss jetzt nicht ja jetzt schon wieder egal das ist der mund das müsste das sein dann haben wir da noch das erwartet ach ach bruder bin ich verkehrt jetzt hier das was jetzt los hallo wo ist denn jeder fehler im system ach bruder muss los ist es doch nicht fertig ich konnte das spiel mal scheiß drauf oder aber ganz und ganz dringend los groß ich mache ja nur für meine münzen kaktus zwei oder eins würde ich fühlen ich frage mich gerade ob wenn ich mit dem kaktus zum geschenk komme ob das ob mein kaktus ja sicher ja ja es ist okay es ist ich hab doch vorher schon verdichtet aber wir können trotzdem er wird sich mit uns beiden tippen bist du doof wir haben kaktus mann dann geht nicht ne geht nicht das einzige was du machen könntest ist aber das macht keinen sinn das weg machen aber dann könnte er mich holen und an die kiste holen kann er nicht tippen wenn er jetzt tippen macht dann ist einfach unser kaktus weg das weiß ich auch nicht ob fast auf kaktus aber ihr müsst gleich entscheiden ob ihr die zweite kiste geben wollt oder meine erste gottlos da wüsste ich eine antwort tatsächlich egal was du machst du hast eh nicht genug kies außer du kriegst ein magnet das würdest du fühlen können ja sowieso nichts machen das würde ich so fühlen so ein magneten nur kaktus ja das ist in ordnung erst mal weg von euch alles gut okay zu viert okay interessant ja wenn du schlau bist elida machst du einen richtig smarten move aber ich glaube du wirst da nicht drauf kommen du schwanz alter wort normal auf elie weil du dann bist du freund kein sinn ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß im buch bis jetzt sieht noch okay aus elie versucht zweiter zu werden fickt immer direkt am anfang bitte kommt mir darauf groß ihr müsst ihn direkt einschleusen kann sogar zweiter werden der jungs bitte müssen gleich elie tagen so schlecht von mir gespielt davon habe ich so stark das spiel gespielt an oder maus ok und Niko! Komm Rohat, komm Rohat, komm Rohat. Digga, mein Kontroll... Scheiß drauf, egal. Nee, bin nicht meine Runde, Bruder. Egal, ich mach sowieso erst mal einen Chiller. Ja! Ich glaub, ich bin wirklich Zweiter. Ich wurde Erster. Ich wurde Erster und er kriegt die Rakete. Wichtig, wichtig. Du kannst so gut. Ja, das war gut. War sehr gut. Oh mein Gott. Er kann nicht. Was machst du denn jetzt, Eli? Völlig okay, Digga. Oder du nutzt deinen TP und machst mit mir, dann bekommt Rohat nicht. Wieso, Digga? Warte mal, Elias. Wollen wir mal voll slow? Nee, nee, mein Fehler ist so. Weißt du, was mich so... Selbst wenn ich verliere, ist das völlig okay. Haube auf Willi? Warum? Egal, was du machst. Ich bin gar nicht bei der Kiste, aber mach bitte auf mich. Das heißt, du tötest ihn low, du tötest ihn. Ich tötet euch damit, ja. Und dann? Er ist ja vor mir, er hat eine Rakete bekommen. Er kommt zur Kiste. Ja, aber ich use die nicht, weil ich will aufhören. Ach so. Nee, also... Ich habe jetzt also die Wahl, ob Rohat die Kiste... Warte mal, warte mal, warte mal. Oder Willi, ne? Nee, es macht auch keinen Sinn, weil wenn du mich attackierst, dann kann Dings mich sowieso nicht töten. Also egal, was du machst, entweder du tötest Willi oder du läufst weiter. Wieso? Wieso kann er dich nicht attackieren? Er könnte mich attackieren, da ist mein Kaktus weg, aber Dings könnte mich eh nicht töten. So, er muss eh nur hoch genug Müll finden. Ja, oder die Rakete benutzen. Die Rakete würde mich auch nicht töten, weil ich ein Väter habe. Nein, aber... Aber... Aber Willi wird so oder so die Rakete benutzen, Digga. Er will ja die Kiste. Ja, sag ich auch. Ja, ja, natürlich. Ich weiß nicht. Ist Eli... Ja, aber... Einer von den beiden bekommt ja eh die Kiste. Bruder, Bruder, Eli, benutzt gar nichts. Genau richtig. Einer von beiden bekommt sie und Rohat hat Rolla Vila vorgeschworen und deswegen gönnen wir ihn weniger. Also gönnen wir weniger. Er ist öfter Rolla Vila geschworen und danach gelogen. Das ist ein sehr guter Call, ja. So, jetzt muss ich mal überlegen, was ich mache. Ja, okay. Geradeaus zu dem Supergeschenk. Naja. Du hast es sogar. Du hast es sogar. Kann sein, dass du da deine Kiste bekommst. Deinen Automaten bekommst. Warte doch, ich habe es... Oh, nice. Alles richtig gemacht. Ach, ich bekomme wieder den neißen Hasen, Chad. Ich bekomme wieder den neißen Hasen, der so geil ist. Rexhase. Ja, ich würde jetzt... Hätte ich genau so gemacht. Hm. So. War das jetzt nicht Rohat seine... Na dann so. Ja, ja, nein. Ach so. Also Rohat hat sie jetzt... Es ist gut, dass ich wenigstens da stehe, weil dann kann ich wenigstens nach links gehen, wenn die Kiste oben ist. Irgendwas stimmt mit diesem Scheißhase, nicht? Ja, ist wirklich so. Ja, Digga, es geht nicht. Du könntest jetzt direkt links hoch gehen, Robert. Ey, ganz kurz mal. Die ist richtig krass bei Monte, die Küste. Bruder, ich habe viersten Schlüssel. Also, ich bin da absolut keine Gefahr. Nice. Ohhhh. Nice. Okay, oh gut. Das bringt da alles nichts. Digga, die Runde mit Abo, das war einer der... Also, die Runde vorher, das war eine der krassesten Runden. Welches... Hat irgendjemand das Feld hier vorne eingenommen? Nee. Aber du musst links gehen, ja. Siehst du doch, wenn es grau ist. Ja, Bruder, ich habe manchmal ein bisschen... Wieso muss ich links gehen? Spielen? Ja, weil du gefragt hast, wegen dem Feld, wenn du links gehst. Seht ihr das? Das Game ist auch geil. Also muss man nur quasi die Tasten, die mir angefangen werden. Genau, genau, genau. Wo bin ich denn? Wenn man manchmal zu früh drückt oder zu spät... Wenn man manchmal zu früh drückt oder zu spät drückt. Weiß ich. Gar keine Tipps. Nuppenkind. Boah. Komm schon, Baby, bitte. Let's go. Zweiter Platz, okay, gut. Ich weiß, ich check das Spiel gar nicht. Wer hat noch einen Teleport-Chat? Hilfe. Der Schwanz hat eh einen Kaktus. Jungs, bei dem Spiel ist, wenn ihr auch in der Mitte... Jungs, was ist das für eine... Wenn ihr in der Mitte halt besser den Punkt trifft, kriegt ihr halt auch eine bessere Kombo, weißt du? Also haben wir am Ende nicht alle die gleiche Kombo bekommen? Nee, ich weiß es nicht. Die Kombo bleibt gleich, aber wenn du manchmal früher drückst, dann kriegst du statt 50 30. Ich hab selber nicht gecheckt. Wegen Kombi-Bonus, okay. Umso höher die Kombo, umso mehr Punkte kriegst du am Ende. Wir haben ja am Ende nochmal so Punkte dazu bekommen. Ja, okay, okay. Ich würde dieses Shotgun-Game enjoyen. Oh ja, oh ja, das ist geil, das Spiel, Shotgun-Game, ja. Da war eh die so gut drin, ne? Soll ich probieren? Ja, ja, das ist das, wo ich so gut bin. Nee, welches ist denn das? Das, Digga, das, wo du auf die Zielscheiben schießen musst, weißt du? Ach, ja, da war ich richtig gut drin. Ja, ja, da warst du, Bruder, aber, Digga. Hä? Ach, Digga, drei von drei heute. Drei von drei. Richtig. Es ist unglaublich, Chat. Es ist unglaublich. Ich habe so viel Pech bei diesen Chats geschenkt. Lass mal gleich, lass mal gleich Dings. Wir müssen gleich Monte irgendwie attackieren, dass sein Dings weggeht. Ich gehe ganz auf Gold. Jungs, ich mache keine Scherze, ein Mann ein Wort, ich gehe nur auf Gold. Ich gehe nur auf Gold. Ich gehe auch nicht. Also jetzt ehrlich, ich gehe die ganze Zeit auf Gold. Ich auch, keinen Spaß. Habt Gold. Monte, bist du unten links oder oben rechts? Oben rechts. Wo bist du, Monte? Wo bist du, Monte? Weiß ich nicht. Sag doch! Sag doch! Warum sollte ich mit dir jetzt Team, Digga? Damit wir beide vorankommen, Bruder. Ja, wir sollten beide. Teamen, Digga. Ich gehe auf Gold. Ich bin doch einmal so, als hättest du Ehre. Deine Schnauze. Wenn ich nicht auf Gold gehe, bin ich ein Wichser. Ich gehe wieder auf Gold. Bist du links oder oben? Ich bin rechts unten. Ich bin wieder auf Gold. Ach, Digga, Eli, ohne Scheiß. Bruder, du sagst, du gehst auf Gold und das Einzige, was du machst, ist Schwanz in die Hand nehmen, Bruder. Ich gehe safe auf Gold, Digga. Ja, mir auch. Ja, mach wie nicht. Mir ist so egal, du hast eh genug. Ist ja doof. Ich gehe immer auf Gold. Das machen wir. Auf Gold. Ich bin so fett auf Gold. Boah, wichtig. Ja, Bruder. Schwanz. Letzter. Willi, die holen uns ein. So. Ich muss auf Gold. Du musst auf Eli. Ich gehe fett auf Gold. Das ist mir so, Wayne. Ja, safe. Du musst. So, ich bin safe. Zweiter. Ja. Oh, geil. Auf der Freude. Schlau gespielt. Schlau gespielt. Magnet. Oh. Digga, es macht keinen Sinn. Warum kriegt Rohrath ein Geschenk? Ich nicht. Das ist so dumm. Digga. Vorhin hat jeder als erstes eine Rakete bekommen. Ja, hab ich gesehen. Ja, Digga. Das ist... Guck mal. Mach mal was fürs Team. Und hast du eine Auvergine oder sowas? Oder so eine Abrissbühne. Dann macht ihr auf Monte. Damit nächste Runde Dings ein Atomfass machen kann. Weil Monte ist zu gefährlich. Guck mal, ob du eine Abrissbühne hast, bitte. Ja, ja. Ich guck mal. Nee, hab keine. Mach doch mal den Hase, Bruder. Du kannst auch Teleport machen. Dann ist dein Ding auch weg. Oh, Teleport? Mach doch Geschenk, Bruder. Hase oder Geschenk. Eins und Bein. Ja, nochmal ein schwarzes Loch kommt nicht. Hase oder Geschenk stimmt. Also wenn jetzt nochmal schwarzes Loch... Aber du könntest sie jetzt auf dem Spiel aussuchen. Na, endlich, Digga. Also ich möchte mal anmerken, eben jetzt auch eine große Gefahr. Sehr, sehr große Gefahr. Jetzt an den Bruder, ne? Ach so. Ausnahmsweise. Und im Übrigen, wir haben gerade gesehen, Rohrat hätte doch vorhin noch verlieren können. Er ist nämlich doch nicht drauf gespawnt direkt. Ja, aber die Null. Ja, ich wollte letztendlich sein ihm gegönnt oder nicht. Nein. Mach mal ein paar Meter, mach mal ein paar Meter, mach mal ein paar Meter. Aber unwahrscheinlich, weil du vorher auch eine Null gewürfelt hast, ne? Stabil. So ist die Küste? Nee, das ist jetzt richtig kacke. Nee, das ist gut. Na, okay. Sorry. Mhm, mhm, mhm. Wie du als ob es nach oben gehen kannst? Oh, ich kann das wirklich schnell nicht. Weil die dann eine Strategie haben, die Wichser. Die machen einfach immer das gleiche. Ach, Digga, ja, komm. Scheiß drauf. Digga, wieso habe ich so wenig, äh, so viel Leben abgezogen bekommen von einem Dings? Das war doch nur ein Strich, den ich bekommen habe. Hä? Verstehe nicht. Ja, heute noch was anderes. Ja, warte, jetzt kommt die ganze Zeit das Gleiche. Jo, okay, alles gut. Ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Ich check, ich check das schon nicht. Wo ist denn noch der Platz? Hallo, ich check das nicht. Seht ihr alle in der Mitte einfach nur? Ja, Digga, Dreck. Digga, wie soll, wie soll. Sogar noch zweiter geworden, Digga. Wo seid ihr, Wichser? Ja, das. Teilige Paar, Katzke, Heckhol. Schwäfene 1, Digga. Würde ich fühlen. Würde ich fühlen. Ah. Okay, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Jetzt kommt die Frage. What the fuck, oder? Ich müsste eigentlich auf Monte gehen, ne? Motto ist auf dem Weg dahin. Jetzt go. Dega, bodenlos. Und Rakete. Boah, er hat die, er hat die eine von... Nee, 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 nee. Nachher du hast ja den Pass. Ja, ich hab'n Kaktus. Ich glaub, es geht trotzdem, oder? Nee, geht nicht. Sonst hättet ihr den doch schon X auf Monte gemacht. Guck mal. Ja, das stimmt. So, komm mal her, Monte. Und dann zeig mir mal, was du so hast. Dann machen wir dich mal nackig, ne? Was hast du da unten? Das ist das. Die Kipp, Bruder, auch ein Spantarino. Größiger, muss man nicht aber sagen. Ja, Eli ist ne sehr große Gefahr, aber ihr checkt das ja schon wieder nicht, Degger. Ihr macht die ganze Zeit nur Auge auf mich. Degger, wo checken wir das nicht? Wir haben's doch jetzt verstanden, weil er hat ja den Magnet geüßt, er hat ja jetzt mehr Schlüsse als du. Ja, doch, das würde schon schön. Also, ich möchte nur ganz kurz sagen, Degger, er hat gewonnen. Wenn er nächste Runde erster wird, hat er gewonnen schon, ne? Nur als kleiner Funfact. Da würde ich mal das Atomfass auf ihm machen. Das Atomfass, Bruder. Ja, ich schau nur, ich bin noch hier. Aber das wäre auch gut, ne? Hat der ein Telefon, nein, ne? Nein, aber, Bruder. Und keine Kisten öffnen. Das musst du machen, Bruder. Zieht das mir Münzen ab? Du stirbst zum Schluss, das macht jede Runde 15 Damage. Ach, ich stehe aber safe? Mhm. Das ist ja uncool. Oh, okay. Das ist aber geiler, weil... Ah, ich hab mir Hunde sonst bauen. Ja, Bruder, also ich bin schon mal gefickt. Guck mal, Eli hat so viel Platz, weil wir uns unten gefokust haben. Ja, Bruder, was soll ich schon machen, wenn du zu mir rüberkommst? Ja, ich bin zu Monti rübergegangen, Bruder. Du bist gekommen. Guck mal, Meter. Holt ihr mal die Punkte, großer. Holt ihr mal die Punkte, großer. Boah, guck mal Monti an. Nein, Bruder, was ist los? Nee, Digga. Rot ist am besten, Bruder. Rot ist am besten. Erster Platz. Rakete! Aber kann er die Kiste jetzt nehmen? Nee, mit dem Kopf nicht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, Bruder. Über deine Acht wirf, ist eh respektlos. Mann. Muss Rakete usen. Teleport bringt gar nichts. Er kann die Kiste nehmen. Hätte er eine Acht gemacht, hätte er gewonnen. Ja? Ja. Ist ja komisch, dass ich da keine Acht gemacht habe. Du kannst dich doch teleporten mit ihm. Ja, aber du hast hier eine Rakete. Nee, warte, guck mal, zehnmal die Felder. Zehnmal die Felder. Von mir aus. Ob das zehn sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nee, ist nicht. Siehst du? Eins, zwei, drei. Ihr müsst ihn low halten. Also irgendjemand muss ihm damage halten. Zur Not mit der Aubergine. Ja, ja. Dann ist der nächste Runde am Anfang dead. Ja, genau, richtig, ja. Richtig. Ein fett Kopf. Es ist so scheiße, Wheel Talk, wenn man einfach gut spielt. Das ist mir nicht gut. Oder dein erster Call, wo ich zwei Trophäe hatte. Herr Martin, Eri, sind die bereit zum attackieren? Es ist ja okay, aber es ist scheiße in dem Spiel. Ja, natürlich. Ich sag dir, Willi oder Rohat werden dieses Spiel gewinnen. Ja, aber was sollen wir denn machen? Ja, ich sag ja nichts, aber es ist wirklich dumm, wenn man am Anfang die Kisten holt. Es ist so dumm, wenn du wirst nicht, oh. Das tut weh, aber er kriegt nächste Runde alle deine Münzen, Digga. Das stimmt. Es ist das dritte Mal hintereinander, Chat. Das ist ja auch okay, aber es ist so schlimm. Eri, ist rot, ne? Ja, Eri, ist dieses weiße. Ja, warte, dann lauf du ihn hinterher. Ja, jetzt bin... Keine Arme, stirbt ihn hinterher. Eri, ist hinter mir. Oh, du musst. Ich bin doch schon tot, was wollt ihr denn? Geht aber auch ums Geschenk, Bruder. Eri macht hier grad gut Felder, Digga. Wie kann ich mit zwei Feldern reingehen, äh, dritter nur werden? Vielleicht Rakete-usen? Na, Bruder, das... Das war dumm, das war so... Nee, das war nicht dumm, weil jetzt hab ich Geschenke, Mann. Was ist daran dumm? Ey, jetzt hab ich Schlüssel. So, Leute. Ich glaube, ich werd gleich Magnet mit ihm machen. Brunst für die Erinnerung, Rohr, zwei Kiffen, 38 Münzen und eine Rakete. Hat auch noch irgendwas zum Attackieren. Aber ist okay. Oh, und sogar noch da oben. Das ist ein Bespekt. Digga, das kann doch nicht sein. Das ist so dumm gemacht. Ja, er kann jetzt nächste Runde gewinnen. Ja, aber lass uns doch mal auf mich gehen. Nochmal zur Absicherung. Das ist dumm gemacht, Bruder, also... Lass uns doch mal auf mich gehen. Einer hat doch eh Teleport, Digga. Guck doch mal, ja. Ja, aber trotzdem... Obwohl, ich komm da auch oben. Was ist das für eine Geschenke-Verteilung, Digga? Es macht wenig Sinn, Teleport zu nutzen. Ja. Weil ich ihn ja in eine Ausgangslage bringe, die... Ist halt längere Strecke, glaube ich. Das ist ein längerer Weg. Macht es und alle auf Rohr, nächstes Spiel. Ah, lass mich mal überlegen. Hm, 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 hm. Einfach back to back to back. Das ist dreimal hintereinander die gleiche Runde einfach bei mir. Und das Geschenk spawnt die ganze Zeit auf der Seite. Das ist komisch, Digga. Ich hol mir nie wieder am Anfang die Geschenke. Es hat keinen Sinn. Ich hol mir Münzen. Das ist viel wichtiger. So dämlich, der Geschenk spawnt. Also egal, was ich gemacht habe, macht keinen Sinn. Ist so dumm. Also wirklich, wie kann das Spiel so? Er hat gewonnen, ne? Ja, er hat gewonnen. Nee, er hat doch auch einen Teleport hier. Außer einer von euch kann was machen. Ey, Monty, ich muss vor Ruhrt kommen, ne? Nächste Runde. Ach, Digga. Das ist so bodenlos schlecht, Digga. Das ist so schlecht. Oh, das fühle ich aber auch, muss ich eh, weil ich sagen. Aber Monty kann auch ans Geschenk kommen. Nächste Runde, wenn er erst ist. Guck mal, wer kann man gucken? Ja. Er kann auch rankommen. Du bekommst auf jeden Fall mit der Auvergine zu ihm. So, kann ich jetzt hier irgendwas machen? So, gucken wir euch mal hier den ganzen Lachs an. Cool. Mhm, mhm. Wir müssen Niklas eigentlich gewinnen lassen, Digga. Ja, ihr müsst auf Ruhrt gehen. Okay, dann alle jetzt auf Ruhrt. Ja, ich schieße euch beide nicht ab, ne? Ich schieße euch beide nicht ab. Wo ist der Wichser? Eli, lass mich dich holen. Er hat mich, er hat mich. Hab ihn. Lass mich dich holen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Robert hat mich. 100-100. Er ist oben. Er ist oben. Ich glaube, er holt mich. Ich hol ihn. Eli, lass mich. Hol mich, hol mich, hol mich. Ja, du hast das Ding vor mir. So, wer das nix, Jungs? Ja. Ja, gewonnen. Das war der nicht das Spiel. Auf einmal hat er auf einem Aim-Bot auch noch. Ich kann das Spiel auch nicht. Niklas, du musst mich holen. Ja, ja, warte. Morte, bleib hier, bleib hier. Morte, bleib hier, bleib hier. Hol mich, hol mich, jung. Gut. Eli, geh die ganze Zeit zu ihm. Lass dich die ganze Zeit von ihm killen. Ja, ja, ja. Bist du so spät darauf gekommen, sei, Digga. Hier, ich bin hier, hier, hier. Direkt vor dir, direkt vor dir. Wo schießt du hin, Bruder? Ich hab kein Aim-Bot drin. Oh, ne Waffe. Schieß auf mich. Digga. Schieß auf mich, Bruder. Wo bist du? Warte, warte, warte. Jetzt hab ich ne Waffe. Hier, oh, ich bin oben. Komm runter, komm runter, komm runter, gesprungen. Gut. Bitte, Willi. Bitte, Willi. Hier, hier, hier. Ja, warte, warte, warte. Warte, Digga. Hier, hier, ich bin bei mir. Ja, ich hab gewonnen. Richtig, ja. Sehr gut, sehr gut, Digga. Aber was musst du würfeln? Das ist die Frage. Was musst du jetzt würfeln? Ja, Punkte zählen. Ähm, Mod. Ne 1, 2, 3. Ne 3, Bruder. Das machst du, easyness. Wichtig. Wichtig, let's go. So. Jetzt wird's interessant. Ich kann ein Geschenk nutzen gleich, ne? Egal, scheiß auf euch zu schlammeln. Ich hol die Scheiße mit dem Geschenk. Könnt ihr irgendwie Aubergine oder so? Na, er hat noch Geschenk, Bruder. Ja, er hat noch Geschenk. Digga, das ist wieder Insta-Cut. Mann oder Maus. Das ist unglaublich, wenn das jetzt kommt. Digga, das ist so krass. Ihr seid so beend, Digga. Haut rein. Ich zieh durch, Chat. Das ist so bodenlos, Digga. Dass dieser Junge auch immer noch so Geschenke lackert, Digga. Das ist so bittere Pille, Bruder. Wie er schon reinkommt. Bis zum nächsten Mal.